Es ist schwer im richtigen Moment das Richtige zu sagen, vor allem vor der Kamera jetzt mal wieder, aber das ist ja immer so. Ich spiele bei den Speednicks, weil ich es total gut finde, vor vielen Leuten zu spielen und jetzt werden es irgendwie immer mehr so und es fangen immer noch immer besser ab und das finde ich geil und ja, deswegen spiele ich beim Speednicks scherz. Wir haben jetzt unsere zweite Platte gemacht, über den harten Winter, den wir alle letztes Jahr hatten und die heißt genauso wie unser Stück heute, I got my toys in the deep freeze. Die neue Platte ist total gut geworden und die kommt im August. In dem Moment können wir leider nur fünfmal oder so im Monat spielen, weil er da Zivildienste macht, aber wenn er fertig ist, dann gehen wir auf Tournee und dann müsste er einen kommen. Ja, reiche Begrüßung. Ja, reiche Begrüßung. Leider machen Sie an. Taaare. Gefühl. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.